Ja, hallo Leute und willkommen zu einer weiteren Runde Payday Ties. Ja, heute geht's mal ein bisschen auf dem Spielplatz, spielen wir ein bisschen rum. Nee, keine Ahnung was jetzt kommt. Sehen wir dann, jedenfalls, ja, gemütliches Bild, sieht noch ganz ruhig aus und so. Wer weiß, ähm, normal, ja, ich lasse einfach mal bei random. Also, jetzt kommt die Halloween, die haben wir noch nicht, äh, ja, äh, Halloween, genau, genau, Halloween. Okay, Starter heißt, Lording. Dieses Laden, kennt man eigentlich in jedem Spiel, was ziemlich aufregt. Ah, komm schon, heute noch. So, jetzt geht's mal. Also, hier nehme ich eben, was ich jetzt hier neu freigeschalten habe, ist genau diese, ah, diese Waffe hier da. Ähm, ja, Schalldämpferwaffe, ähm, wie nennt man die, äh, ja, die heißt, was in jedem Spiel gibt's, den immer andere nehmen und so. Ist ja jetzt egal. Ja, ich nehme einfach mal die, dann, ähm, wie gesagt, redmine, rendiert's nicht ganz, aber, soll ich's vielleicht mal nehmen, um euch zu zeigen, das weiß ich auch nicht, ähm. Problem ist einfach mit der Muni, aber habe ich ein bisschen Angst, äh. Ähm. Ah, das ist so schwierig zum sagen. Ah, ich nehme einfach die Ammo back, wenn ihr unbedingt mal die Treadminen sehen wollt, unbedingt in den Kommentaren schreiben, aber im Moment nehme ich einfach die. Ähm. Ja, nehme ich auch das hier, das macht mehr Art Damage, also mehr Schaden, wenn ich... Ach, nee, das ist was anderes. Hä? Ach, doch, 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 doch. Es macht mehr Damage, wenn ich, glaube ich, am Boden liege oder sonst auch. Weiß auch nicht. Hier kann ich auch noch was freischalten, sehen wir dann. Ja, egal, ready. Bodys Poolrepair? Bonjour, it's Michel, over at Keill Street. The pipes, you know, the ones you've supposedly fixed, they're leaking again. Sorry to hear that, sir. We'll send our guys over right away. Yeah, you hurry. They brought it. Let's drain the place. Suit up, load them. Get the work. Also hier geht's... ...eilig auch genau um das gleiche wie... ...Geld... ...Klauen. Wow. Sieht ja voll geil aus hier. No, ich kann nicht weiter. Ist ja voll geil hier, Mann, Alter. Das gefällt mir ja voll, Mann. Nicht schlecht gemacht. Wirklich toll. Sieht auch ganz chillig und ruhig aus. So, als wäre da nichts Schlimmes. Nee. Kommt dann schon noch. Jedenfalls muss ich, glaube ich, auch wieder ein Tresorhaus rauben, der da irgendwo in diesem Haus liegt. Oder unter dem Haus, oder? Keine Ahnung. Ich bin hier richtig. Ich bin hier richtig. Einfach mal hier ein Tresorhaus rein. Ja, ich bin hier, in der Ville. Das ist eine kleine Sache, die ich hier aufgenommen habe. Nein, das ist natürlich eine große Sache. Aha, aha, mhm, mhm, okay. Oh, ne kleine Party. Grillparty. Und ein Pool ohne Wasser. Oh, ich nicht. Ach doch, ich kann rein. Yeah, 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 yeah. So ein Pool ist echt geil. Genau den will ich in meiner Wohnung haben. Wäre doch nicht schlecht. In der Wohnung, hä? Nee. Noch ein Sprudelbad dazu. Oh, schaukel. Yeah. Eine Rutschbahn. Hui. So, mal hier so. Nichts besonders. Also. Ach so, die Ma... Ah, nee, sind wir erst nahe. Also, hier sollte ich es ziemlich schnell machen. Ich will jetzt versuchen, möglichst schnell zu machen, dass ich möglichst viel machen kann, bevor die Bullen kommen. Dann kommen ja die Bullen, aber es geht vielleicht noch ein bisschen, weil... Ja, die sind ja nicht einfach so hier, wer weiß. Deshalb mache ich es ziemlich schnell. Ich würde sagen, ich vers... Ach, nee, Geisel kann ich jetzt nicht nehmen. Oder doch? Ah, probieren wir es aus. Start her heiß. Ach, nee, ich wollte die nicht... Ach doch. Ich kann doch geißen. Tja. Ein paar müssen sterben. Gehört immer dazu. Hehehe. 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 Nicht die Polizei rufen. Hey. Also, du kannst die Polizei rufen, ne? Anwohnen. So. So. Ne, die Polizei kommt schon. Warte. Was sind die denn? Ich sehe gar niemand. Ist ja egal. Jedenfalls die Maske noch schauen. Schnell. Ganz schnell hier. Ach, Alter. Zeig die Masken. So, ganz leustige Masken. Jetzt aber... Ja. Den Auftrag habe ich noch nicht gekriegt. Gekrieg. Das sind um die Bullen. Das ist komisch. Jedenfalls... Was muss ich... Wo muss ich jetzt... Bin? Nein, die Bullen sind schon hier. Ach. Puh. Bisschen Scheiben einschlagen. Wie ist ja nie... Nirgendwo ein Polizeihautor. Ach doch. So, die suchen eigentlich noch die anderen Häuser auch. Aber ich glaube, jetzt haben sie mich gesehen und kommen jetzt an hier hin. Ja, ist das schlau von mir gewesen. Ich darf... Hä? Ach so. Das weiß ich natürlich nicht. Ah! Oh mein Gott. Es ist zum Glück vorbei. Oh mein Gott. Der Abtraum ist vorbei. Oh mein Gott. Hey. Ich kriege das Zimmer. Schon wieder so ein Zimmer. Vielleicht ist hier nicht so ein Zimmer. Nein, bitte. Nee, bitte. Nee, bitte. muss ich hin komm 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 235 Sekunden und dort gibt es noch mal so ein Ding was da unten dran aber vielleicht von diesem Haus da geht es runter das war jetzt voll Zufall das war jetzt ein voller Zufall man wenn ich jetzt das nicht gerade so gesehen hat ich wette ich wäre jetzt da stundenlang am suchen wie ich da oh mein Gott zum Glück gab es gerade so einen Zufall und habe es gerade gefunden sonst wäre ich hier sicher noch stundenlang dran gewesen auch 225 Sekunden ich gehe mal wieder rüber die Polen sind schon überall nein 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 okay probieren wir mal die neue Waffe aus so Leute jetzt habe ich schon extra die Schwerbsanzeige gestattet sehr geil what the fu Alter die hat ja voll Style Alter die ist ja voll geil die mag ich diese Waffe schon jetzt natürlich muss ich wieder mal ein bisschen reparieren Alter ist die geil aber ich will noch da ein bisschen Muni sparen also nämlich lieber mal ein bisschen andere Waffe so repariert es fällt nur noch den drüben ich auch noch reparieren muss äh oh kann ich sogar noch drüber dann sind das wohl zwei Tresor vielleicht wo ich nein das kann nicht sein nichts weiter ah keine Ahnung jedenfalls ist es komisch ich bin dann bei zwei Häuser also das ist gar kein Tresor oder ah ich bin mir nicht ganz sicher das sehen wir dann noch wenn es dann ein hoffen ist ah ich gehe mal ein bisschen rausschauen wo die Polen noch überall sind boah die haben es immer noch nicht kapiert das ist ja Alter ich gehe lieber wieder rein bin ich ehrlich gesagt ein bisschen wohler was schon wieder kaputt hey willst du mich verarschen nee wie schnell das kaputt geht also hier 90 Sekunden ein anderthalb Minuten es geht jetzt sicher nicht gleich kaputt es ist kaputt ach alter ooooh sogar noch der okay hab ich den gerade gesehen der mich nicht weil er so dumm ist geht es jetzt dann auch noch so 90 Sekunden ungefähr ach ne nicht ganz ein bisschen länger egal 10 Sekunden aber warte das kann doch gar nicht sein ich gehe mal nachschauen was das ist kaum fertig man was habt ihr für Probleme 30 Sekunden eine halbe Minute uiuiui falsches Haus hier und du bist dumm seid ihr eigentlich ich schau mich mal hier ein bisschen rum Schlafzimmer ja das können sie jetzt mal das sollte jetzt eigentlich fertig sein oder fast ja fertig und ich kann es nicht öffnen ach das andere kann ich jetzt wieder reparieren alter mann schnell diese sachen bei pd immer alles okay das nervt ein bisschen wie mach ich mir gerade voll selbst mal also ich bin voll krank was ist denn was ich da mache alter doch mal ein bisschen zu den Bullen gehen alles chillig nehmen sehr sehr also komm schon alter so ok jetzt noch 7 ja 75 Sekunden na oi o o o o wo als ist gekommen hoffe das bleibt so wenn jetzt 15 minuten am spielen bis jetzt ging noch alles toll aber ja hoffe es bleibt so das käme ja schon läuft alles gut ich bin so ein ging es da ich bin so ein echter ging es da ich mach alles kaputt also noch zehn sekunden neun acht sekunden und 1 0 und es ist offen hier ja hier kann ich jetzt plötzlich die artig geldtruppenmaschine die muss ich klauen oder wie jetzt was ist das c4 oder also vielleicht sollte ich ja das sollte ich eben genau ich hätte aber und sollen und bitte ich bin tot ach nee könnt ihr vielleicht von hier bitte kommt noch alter auch jetzt bin ich im pool scheiße nein nein komm 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 alter komm du idiot fuck sieht sie euch an sieht sie euch an ok leute das war es leider ja ich hab gefällt ich eigentlich nicht nein die stehen dort um schauen einfach chillig zu ah sieht mal wie er es redet also leute das war es leider schon mit diesem part im nächsten part will ich alles nochmal machen der wird sicher bald gerade herauskommt vielleicht nehme ich den gerade jetzt schon wieder auf tut mir leid leute dass es wieder so ging ja also bis zum nächsten mal und ich hoffe dann läuft es und ich hasse mein team leute ich hasse mein team also tut mir leid leute bis zum nächsten mal ciao